Hallo Welt, hier ist der Omos von MagicBlox.de und wir haben von Wizards of the Coast netterweise Booster geschickt bekommen. Das heißt, wir machen jetzt 10 Playbooster auf und schauen uns mal die Karten an, damit ihr wisst, was beim Pre-Release für euch wichtig ist. Wenn ihr noch nicht wisst, wo und wann ihr Pre-Release spielt, schaut in die Videobeschreibung. Da ist ein Link, wo ihr den Store und Event Locator findet. Da könnt ihr nachschauen, wo sind die Pre-Releases in meiner Nähe. Und auf MagicBlox.de gibt es einen Artikel, da steht ganz genau, worauf ihr achten solltet bei der Edition und was ihr denken solltet. Lest da unbedingt rein und dann würde ich sagen, auf geht's, lasst uns Booster aufmachen. Eine Besonderheit diesmal beim Pre-Release sind diese Eldrassi Artworks, die ihr als Vollposter gewinnen könnt. Das sind jetzt hier kleinere Bilder, die ich geschickt bekommen habe. Ihr bekommt sie etwas größer als Vollposter beim Pre-Release, wenn ihr ein bisschen Glück habt und sie gewinnt. Aber jetzt lasst uns mal in die Karten reinschauen. Wir haben ja wie gesagt 10 Playbooster. Die packen wir jetzt alle aus und wir unterhalten uns mal darüber, welche von diesen Karten ist eigentlich geil, welche nicht. Was ist cool, was ist not so cool. Und worauf wollen wir achten, mein Pre-Release? Hierauf wollen wir auf jeden Fall achten. Energy ist ein großes Thema in der Edition. Insofern das Token schadet nie. Über die Cummins gehen wir ein bisschen schneller rüber, um das nicht zu sprengen. Das hier hat mal zwei Mana gekostet, hat keinen Plainsburger anvisiert. Also ziemlich Broke, no Powercreep. Noch eine fahle Karte. Auch davon gibt es ja genug. Der Marodeur, verseuchte Landschaft. Ein sehr guter Cycle an Ländern. Gefällt mir sehr gut. Denkt dran, ihr braucht das Waste-Mana für einige Aktivierungen in der Edition. Also seid ihr bitte nicht zu willkürlich damit. So, jetzt zoomen wir da noch ordentlich ran. Hervorragend. So, jetzt soll es auch nicht mehr wackeln. So machen wir hier weiter. Expandierender Schlamm ist, glaube ich, sehr gut. Ich habe noch nicht damit gespielt. Kann man sicher sehr gut in seine Sealed Decks packen. Hüte das vergessen. Also vier Mana, vier Vierer mit Wachsangkeit sind immer gut. Vor allen Dingen, wenn sie noch eine Upside haben. Da brauchen wir uns, glaube ich, nicht drüber unterhalten. Das Amulett. Dann haben wir eine der Dual-Face-Karten. Rückseite ist es für drei Mana auch ungetappt spielbar. Zerstörer ein Land. Uh, man macht sich beliebt. Hier eine Karte, die neu im Modern-Format jetzt ist. Und der Draht-Holz-Wald-Symbiote. Wirewood-Symbiote. Sehr gute Karte. Macht die Elfen-Decks nochmal ein bisschen besser. Bin gespannt, ob Elfen jetzt zum sehr guten Deck in der Edition wird. Ein NADU im speziellen Artwork. Ist eine Karte, würde ich sagen. Belagerungsbrecher ist voll. Und hintendran ein Token. Ich tue das direkt mal beiseite. NADU ist spielbar, sag ich mal. Spielbar. Schauen wir mal in das nächste Pack. Grauenhafter Angriff. Ein Fight-Spell. Feder führen. Fall-Pirschel. Ihr seht schon, Eldrazi ist ein großes Thema. Hier ist übrigens mal auch eine Möglichkeit, farbloses Mana zu erzeugen. Gravedigger. Die Länder werdet ihr relativ oft sehen. Das ist, glaube ich, eine sehr gute Karte. Macht Mana, die auch. Temur-Mana. Und du Strickmeister. Hier haben wir mal ein Abenteuer. Es gibt ja sehr viele Mechaniken, die nur auf wenigen Karten auftauchen. Das hier wird ein Player im diversen Formaten. Also, wenn die ein Kampensee tut sie nicht beiseite. Die hat in eurem Balken nichts zu suchen. Das wird eine Karte sein, die man in Constructed-Formaten wie Modern und Legacy spielt. Führung der Legion. Das ist auf der Rückseite Boros Mana. Allerdings immer getappt. Der heranwachsende Drache als neue Karte im Modern und Phantom der Weißen Orchidee. Auch das ist ein schöner Throwback zu Night of the White Orchid. Und schauderhaft ein Schattenspender hinten. Und natürlich gibt es auch Art-Cards hinten, die können da sein. In dem Fall sogar auch wieder in diesem speziellen Showcase. Ihr seht schon, Karten, die cool sind, hat es genug. Sehr viele verschiedene Mechaniken. Also lest euch beim Pre-Release bitte alles in Ruhe durch, wenn ihr euer Deck baut. Es gibt sehr wenig unspielbare Karten. Schaut nach, was die bestspielbaren Karten an eurem Pool sind. Living Weapon ist zurück. Wieder so ein Land. Einberufung der Himmlosen. Ihr haltet bitte nochmal an, wenn euch nochmal was ins Auge sticht. Ich muss ein bisschen draufdrücken. Auch das ist übrigens eine sehr gute Karte im richtigen Deck. Auch so eine Ankamme, die man nicht unterschätzen sollte und vielleicht nicht wegwerfen sollte. Nadiers Nachtklinge aus dem Commander-Deck. Jetzt neuen Modern. Und ein Gebärritual. Eine Mythic. Falls du eine Kreatur kontrollierst, schau dir die obersten 7 Karten an. Du kannst eine Kreatur opfern, falls du dies tust. Man hat x oder weniger, wobei x gleich 1 ist. Es ist halt so ein Birthing-Pod. Nur, dass ihr nur in den obersten 7 gucken könnt. Coolio Coolio. Verzweigt die Evolution. Haben wir gleich nochmal eine Rare oben drauf. Denkt dran, hier unten steht immer, was es ist. In dem Fall eine Rare. Ähm, doppelt so viele Marken. Jo, Marken, da stehen die Leute drauf. Da mach' ich mir keine Sorgen. Da mach' ich mir keine Sorgen. Hinten nochmal eine Art Card. Die neue Tamio, die Frontseite. Ist ja ein Flip-Planes-Walker. Die Planes-Walker werden uns da ja gezeigt, wie sie zum ersten Mal ihren Spark entfachen. Wie es so schön heißt. Auf Magic-Deut. Ich glaub' der Trick ist ziemlich gut. Ich bin gespannt. Äh, das ist glaub' ich eine sehr gute Kameln. Äh, Torwallung. Kami ist immer gut. Also hier werden wieder so Eldrasi-Spawn-Token gebaut. Auch davon kann man ja immer ein paar gebrauchen. Die verstohlenen Naschkatze. Glyphen-Elementar. Marionetten-Lehrling. Stutz des Gottlosen auf der Rückseite wieder das Land. Für drei Leben in dem Fall. Und eine Kalia. Äh, natürlich eine klassische Commander-Karte. Eigentlich wird jetzt hier im Limited vermutlich kein Player sein. Also erspart euch das bitte, die in Stacks packen. Uh, 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 uh. Das ist ein Fetchland. Die möchtet ihr aufmachen. Das ist auch ein Fetchland, aber ihr wollt diese Fetchlander aufmachen. Idealerweise sogar noch im Retro-Frame oder im Borderless. Insofern aber ja. Fetchlander immer gut. Zumal Raktos ja auch eine sehr gute Farbkombination ist in diversen Formaten. Also ist so ein Raktos-Fetchland. Und auch eins der Besseren. Da ist noch eine Methoden-Gräberei. Der Gravedigger. So, die Pressure hat man vorhin als voll. Äh, Wurmcoil-Engine. Ein kleiner Throwback. Gibt ja viele so Throwback-Karten. So angelehnte Karten, die so ähnlich sind wie andere Karten. Äh, also immer ganz gut. Wenn man schon eine Weile Magic spielt, kriegt man immer so ein Déjà-vu. Äh, immer gut. Auch das hier wieder auf der Rückseite. Die immer getappte Variante. Titania ist Priesterin. Auch die neuen Modernen. Schilden-Gengar. Vater des Hungers. Äh, 5-Mann-A6-6-Flieger. Jo, Opfer einer anderen Kreatur. Äh, machen wir dann in Blut. Falls sein Engel war. So wie seine Widersteine. Ja, 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 ja. Jede Kreaturkarte... Jede Kreaturkarte mit 6 Blatt. Ja, sauber. Ich weiß nicht, wie viele Blatts wir ansonsten finden. Das war mal Cranial Plating. Jetzt ist es die Schädelramme. Immer noch okay. Aber nicht mehr ganz gut. Ein Vollwildland mit dem Eldrassi drauf. Nochmal die gleiche Art. Hatten wir gerade schon. Mal schauen wir mal weiter durch, was die Booster hier so noch bringen. Waren ja schon ein paar coole Karten dabei. Patchlander, Mythics. Eine sehr gute Commander, Mythics übrigens. Kaya im Commander natürlich komplett broken. Ähm, im Limited, wie gesagt, erspart ihr euch das wahrscheinlich besser. Da braucht ihr sehr gute Gründe, Talia in euer Deck zu stopfen. Zwei Länder. Zu viele will man nicht. Aber ich glaube, man will schon so einige. Haben 4, 5 Stück im Deck. Überhaupt kein Thema. Sehr coole Ankammen. Kampfmarge des Pfahl. Des Pfahl. Pfades. Mit Kicker. Ist nicht alles irgendwie Kicker. Monströser Strudel. Dann der Neu-to-Modern-Slot. Angesehene Beschwörerin. Halle des Meisterspiel. Und es kommt getappt. Es sei denn, du kontrollierst ein Sumpf. Er intrigiert x-mal. Und x ist, wie viele gestorben sind. Ein bisschen Aufwand, das zu enablen. Der Dino nochmal in voll. Das Land in unvoll. Und Platzartekarten. Ihr habt ja gesehen, wir haben einige von diesen Dual-Face-Karten. Hier könnt ihr euch draufschreiben, was es ist, wenn ihr ohne Hüllen spielt. Mit nicht ganz undurchsichtigen Hüllen. Achtet da bitte drauf, wenn ihr Hüllen mitnehmt. Die müssen diesmal undurchsichtig sein. Es gibt doch so einige doppelseitige Karten, die ihr auch spielen werdet. Also insofern, seid da unbedingt vorsichtig und achtet auf eure Hüllen. Ihr wollt nicht mitten im Spiel gegenüber oder mit dem Judge diskutieren müssen, ob die Hüllen jetzt durchsichtig sind oder nicht. Und ob das ein Problem ist. Gefährliche Landschaften. Hydra-Zähmeren. Die Erschaffung von Avazin, glaube ich, nicht ganz gut genug für das Limit. Aber ich lasse mich gerne ins Besseren belehren. Cephalid Colosseum. Die ist neu modern. Aufflackernde Verdopplung. Das Rot hat doch mal hier und da die eine kleine Kreatur, die man tatsächlich opfern kann. Denn hier steht nicht, dass ich auch meine eigenen Spells kopieren kann. Die störende Flöte. Und Feder führen als voll. Und ein Spawn-Token hinten drauf. Drei Booster haben wir noch. Don't go anywhere. Und schaut auch regelmäßig hier vorbei. Lasst ein Abo da. Kommentiert all so Dinge, die der YouTube-Algorithmus liebt. Wotzi übrigens auch. Und dann sind wir auch bei Wotzi gut angesehen. Und können euch immer wieder coole Dinge aus der Welt von Magic zeigen. Simulacrum. Was? Da war mal ein Watchdog. Jetzt ist es ein Watchwolf. Jetzt ist es ein Watchdog. So, warum ist es? Hier ein bisschen langsamer. Hier haben wir Schattenbeistand. Das ist ein Trick, der auf der Rückseite in Land ist. Mülltaucher. Neue modern. Erkennt ihr immer in dem Symbol. Oh, und hier haben wir einen dieser berühmten Flip-Plane-Swalker. Ayani. Glaube ich auch eine sehr gute Karte. Das ist ein 2-Mana-3-3er mehr oder weniger. Weil er halt noch ein 2-1er mitbringt. Und immer wenn eine oder mehrere Katzen von uns sterben. Das lässt sich ja wahrscheinlich einrichten. Wenn es mit einem Attack oder einem Block ist. Dann flippt er und kommt zurück. Und dann legt er auf jede Katze. Mh. Mh. Katzen-Tribal. Mh. Also sehr gute Karte. Sehr, sehr günstig. Vor allen Dingen auch. Geringschätzen. Und ein Spawn-Token. Also, da haben wir doch jetzt hier relativ viel gezeigt. Eltrasi-Titan habe ich euch noch nicht gezeigt. Eltrasi haben wir schon eine Menge gesehen. Aber Titan noch nicht. Aber wir hatten Plainswalker. Wir haben andere Mifix gehabt. Wir haben Fetch-Länder gehabt. Was will man denn noch mehr? Das ist ein Throwback zu Eternal Witness. Energy ist wie gesagt ein großes Thema. Es gibt viele Dinge, die Energy erzeugen. Oder von Energy profitieren. Schreckmobil. Unsere Vorschaukarte von Magic Bloxy. Eine unserer beiden. Die andere ist ja Toxic Deluge. Mal schauen, ob wir die noch sehen. Hier haben wir zum Beispiel so ein Payoff für Energy. Für sechs Energy können wir drei Karten ziehen. Das ist eigentlich fair. Ah, Retro-Frame. Noch so ein Feature, was wir noch nicht hatten. Verzernte Korruption. Kommt also hier im Retro-Frame. Very cool. Anthrazit-Medallion. Auch die sind jetzt neuen Modern. Weiß nicht, ob Modern darf, wenn ich schon zu schnell ist. Roshin. Die brüllende Prophetin. Unterdrückungsstrahl. Das ist glaube ich das Tab-Ding. Drückseite ist ein getapptes Land. So, und dann haben wir noch ein Pack. Da schauen wir noch rein. Und dann möchte ich von euch wissen, was waren denn die besten Hits. Welche Karte gefällt euch am besten? Was hättet ihr euch am meisten gefreut? Welche Karte davon ist für euch ein Limited All-Star? Muss immer im Deck sein. Bin gespannt, was ihr dazu sagt. Elektrosor. Nochmal normale Schädelramme. Goldschwanzlehrmeister. Dargon. Affinity übrigens. Affinity Dargon. Blutgetränkter Einblick. Also auch Hybrid Mana. Das ist eine Mechanik, die wir wieder sehen. Kreischender Skiader. Neu im Modern Format. Und Tote Wallungen. Milzu-3-Karten. Eins und Zahlen und drei Lebenpunkte. Nimm eine Karte davon auf die Hand. Nur schon auch nicht so schlecht. Und eine Nyxgeborene Hydra mit Bistoe-Schrägstrich-Göttergabe. Als Voll. Ein Basic und ein Land hinten raus. Äh, eine Art-Card, sorry. Und dann würde ich sagen, war das doch hier ein ganz schöner Stapel Magic-Harten. Wie gesagt, sagt uns, was euch am besten gefallen hat. Und wir sehen uns bald mit einem neuen Video. Bis dann. Ciao.